Oh, na nü, gleiche Session, was da los? Ja, ähm, ich kann nicht Escape drücken, um das Spiel auszuschalten, also kommt halt die letzte Mission dran. Die Kultuntersuchung auf Corellia Die Stadt Coronet auf Corellia berichtet von unzähligen Aktivitäten der jünger Ragnus. Bislang steht jedoch noch nicht fest, ob es wirklich das Sith-Kult ist oder die örtlichen Bewohner nur paranoid sind, seit sie über das Holonet vom Kult gehört haben. Gib dich nach Corellia und finde es heraus. Ich kenne noch Leute in Corellia. Wir treffen dort ein paar Freunde und gucken, was passiert. Gleichzeitig sehen wir diejenigen, die von den Kult-Aktivitäten berichtet haben. Oh, 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 okay, weiter. Ah, und wenn ich Blitz nochmal mache? Der Jede erzeugt einen dauerhaften Bogen voller Elektrizität, der allem vor ihm Schaden zufügen kann. Ah, na gut, ich glaube, diesmal mache ich mal Machtheilung. Ja. Dann gehe ich mal zu den Waffen. Ich nehme die Granaten. Dann diesmal das. Ah, komm, die waren nicht wirklich effektiv, ich nehme die nochmal. Ähm, das hier und das hier, so. Und Jan hautet den Weakway-1 genau. Könnt mich jemand hören? Wir werden angegriffen. Jemand will die Bahn in die Luft sprengen. Hä? Die Meldung kam von der Frachtbahn dort unten. Die deutsche Bahn? Ah, die Bahn. Oh. Banditen. Oder Söldner. Oder Räuber. Du kümmerst dich um die Bahn. Ich erledige die Schiffe. Das Schiff sieht echt böse aus. Arbeite dich bis nach vorn vor und checke jeden Wagen. Halt den Fall immer vor dir, dann kann dir niemand in die Seite fahren. Fliehen ist sinnlos. Ja, wenn ich nur durchkommen würde. Ah. Na, im Haus. Aha. Bleib mit den Blitzen. Tolle Blitze. Äh, falter Tasse, was mach ich jetzt? Nein, nein, ja. Ui, wie das... Wie stelle ich das aus? Ja, gute Frage. Au, au, nein. Ach, komm. Und Jan, hab dich dich doch nicht. Ja, ja, ja. Oh. Elk. Was hast du da? Ja, ich würde gerne hier rein. Oh, meinst, dafür habe ich doch was, oder? Okay. Das haben wir doch nicht. Wer ist da? Keine Ahnung, deine Mutter? Hä? Ach so, das ist ein anderer gewesen. Toll. Wie stelle ich das aus? Ah. Das geht hier vor, aber. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, Trickshot. Au. Ah, krass. Äh. Ach, na gut. So geht er auch. Hoch. Hö. Okay. Lustig. Oh, meinst, mal. Nein. Nein. Oh. Das kommt, mich teuer zu stehen. Oh, ich wollte das Ding kaputt machen. Toll. Aha. Yeah. Was hast du da? Aha. Und dann, also... In Minending Boom. Ding Boom, genau. Das ist Minending Boom von nun alt. Bip. Und jetzt? Ah. Ja, was jetzt? Sollte speichern. Sollte speichern. Kann ich jetzt da prüfen? Was zum Teufel. Toll. Ja, was soll ich denn machen? Ach ja. Erreichen Sie den vorderen Teil der Bahn. Ja, und wie? Ist er da drauf? Ach. Ach, jetzt davon mal geht das. Ach ja. Ja, befolge ihn. Äh, Keil Katarn, wie sie heißen. Was für eine Hard-Kommission. Tolle Taschenlampe, die macht ja... Ah, jetzt... Komm nicht. Ah. Oh, 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 oh. Hier sind Sie. Was? Ja, du schon wieder. Vielen Dank. Für diese Ressource. Für diese Ressource. Bist du dir da sicher, Junge? Es geht keinem Kommen. Was hast du denn dran? Alter. Stopp. Willst du halt doch mal stehen. Hol mich doch, Jedi. Jo, was? Es kommt nicht teuer zu stehen. Es geht keinem Kommen. Was hast du denn dran? Let's look how you... Ah, da ist ja noch einer. How you parry... Was hast du denn dran? Hm. Na gut. Dann wird es Zeit für die Macht. Ich dachte, die Jedi wäre am Start. Ja, ich dachte, du... Bist ein Sith? Äh, äh, äh. Warum hat er zwei verschiedene... Äh, ja... Stimmen? So, speichern. Ah, ja. Habe ich die Blitze? Ja. Hä? Jawoll. Komm, komm. Und das war perfekt. Was ist eine Meisterleistung? Was ist eine Meisterleistung? Speichern. So, ist hier noch was? Granaten, sehr gut. Granaten und E-11-Blastergewehre sind irgendwie weit verbreitet. Huch, und jetzt? Ah, das ist noch ein Literfotoratteil. Ah, okay. Ah. Okay. Okay. Stopp. Die praktische Zielübung. Ich glaube, sie hat getroffen. Ah. 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 So, das sind schon zwölf Minuten. Ich frage mich, wie lange das noch länger geht. Ansonsten mache ich dann eine Folgenpause. Und nutze vielleicht ein bisschen dazu, um... Ähm... Na. Oh, das ist das fast. Aha. Na, um... Um... Ähm... 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 Hier anzuschauen, wie... Ähm... 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 Wie ich... Ähm... Ähm... Denken und atmen kann ich nicht. Das klappt nicht ganz gut bei mir. Ähm... Die Gelegenheit, um in Tutorial-Videos zu machen, darüber, was es hier für Kampftechniken gibt. Weil... Ne? Hier. Und so. Ähm... Okay. Ich glaube, den kriegen wir noch, aber dann sollte ich Pause machen. Ähm... Also... Also... Ja. Ein Aufnahmestopp. Oh. Oh, okay. Ah, ich werde doch mal... Näääää... Oh. Okay, den kriege ich scheinbar doch nicht. Ah, hörst du mich? Ah, hörst du mich nicht. Wer hat das gesagt? Ah. Ich verstehe schon. Toll. Nein, die Blitze ist ja ineffektiv. Aber okay. Ähm... Das war's von der Folge. Und bis zum nächsten Mal. Gäste. Moment. Töten.